Hi! In diesem Video lernst du 9 der besten Smartwatches für Damen kennen, die wir miteinander vergleichen. Getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Kundinnen selbst. Aufgeteilt haben wir sie in 3 Preisklassen. 1. Smartwatches unter 200€ 2. Smartwatches zwischen 200 und 400€ 3. Smartwatches über 400€ Es sind Hybrid-, Elegante- und Sport-Smartwatches dabei. Da es im Internet kaum Informationen gibt, welche Sportarten die Uhren tracken können, haben wir alle Apps heruntergeladen und es für Dich herausgefunden. Wenn Du einen Favoriten am Ende für Dich entdeckt hast, findest Du alle Modelle in der Videobeschreibung, wo Du nochmal alle Details, Preise und Preisvergleiche Deiner Lieblingsshops findest. Sollte Dich eine Kategorie nicht interessieren, findest Du ein Inhaltsverzeichnis unter dem Video mit allen wichtigen Sprungmarken. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! 1. Die Smartwatches unter 200€ Nr. 1 ist die Jacqueline Hybrid Smartwatch von Fossil. Ihre Vorteile Sie trackt Deinen Schlaf, Deine verbrauchten Kalorien, hat eine Alarmfunktion und mehrere Zeitzonen integriert. Die Knöpfe sind individuell belegbar. Die Batterie der Uhr reicht je nach Intensität der Nutzung bis zu 6 Monate. Die Smartwatch kommt in einer wunderschönen Fossil Q-Connected Geschenkbox. Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie. Die Nachteile Teilweise gab es Verbindungsprobleme und bei einigen Kundinnen war die Batterie schon nach ca. 3 Monaten leer. Das Fazit Diese Smartwatch für Damen ist perfekt für alle, die nicht auf das klassische Uhrendesign verzichten und dazu einige Funktionen des Smartphones abdecken möchten. So macht die Uhr diskret darauf aufmerksam, wenn eine Textnachricht eingeht. Nummer 2 ist die Huawei Watch GT Elegent Die Vorteile Je nach Nutzung hält der Akku bis zu einer Woche laut Hersteller, bei einigen Kunden sogar bis 4 Wochen mit einer Akkuladung. Sie hat über 505 Sterne Bewertungen auf Amazon. Sie informiert euch bei SMS, E-Mails, Anrufen, WhatsApp Nachrichten, Social Media, Kalendereinträgen und App Benachrichtigungen. Sie kann als Fitness Tracker genutzt werden und erstellt Trainingsstatistiken und fortgeschrittene Analysen für Bergsteigen, freies Training, Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Triathlon. Die passende Huawei Health App verarbeitet die gesendeten Daten der Smartwatch und bringt dir eine komplette Übersicht über Schritte, Distanz, Steigung und verbrauchte Kalorien. Außerdem zeigt sie dir die Gesundheitswerte, Herzfrequenz, Gewicht, Schlaf und Stress. Die Nachteile Damit das Smartphone die Daten von der Uhr bekommt, muss man sie freigeben, auch für den Hersteller. Gerade bei der Installation der Huawei Health App fragt die App nach sehr vielen Freigaben. Außerdem ist ein Konto bei Huawei notwendig für die Nutzung. Das Fazit Eine Uhr, optimal für Profi und Freizeitsportlerin. Sie überwacht das Training und wertet es aus. Dazu passt sie optisch mit ihrem klassischen eleganten Design zu jeglichem Kleidungsstil. Dazu kommen die normalen Funktionen, welche man erwartet, wie das Anzeigen von Terminen oder Nachrichten. Nummer 3 ist die Michael Kors Slim Runway Damenhybrid Smartwatch Ihre Vorteile Es können verbrauchte Kalorien, Aktivitäten und der Schlaf getrackt werden. Die Michael Kors Access App ermöglicht dir das Setzen von persönlichen Zielen wie Wassertrinken, Sport treiben oder individuell einstellbaren Zielen. Du wirst so von deiner Uhr immer daran erinnert. Eine Musiksteuerung ist möglich, es gibt eine Telefonfunktion, Social Media Mitteilungen, SMS Funktionen und einen einstellbaren Alarm. Durch die gute Betriebsanleitung und die einfache Bedienung kommt jeder schnell damit zurecht. Die Nachteile Sie ist nicht für Sport geeignet. Die Batterie muss nach ca. 4-6 Monaten ersetzt werden. Das Fazit Die Uhr vereint eine schicke analoge Uhr mit einem hervorragenden Tracker. Sie bietet alles, was man von einer Smartwatch erwartet, als Sportuhr eignet sie sich jedoch nicht. Nr. 4 ist die Fitbit Versa 2 Die Vorteile Die Versa 2 hat eine Amazon Alexa integriert. Sie ermöglicht es, Neuigkeiten und das Wetter abzufragen, die Einstellungen von Schlafenszeiterinnerungen und des Weckers oder das Steuern von Smart Home Geräten. Je nach Nutzungsintensität hält der Akku mindestens 4 Tage. Nur für Frauen interessant? Das Protokollieren der Periode, die Prognose zum Eisprung und das Anzeigen der fruchtbaren Tage. Eine Philips Hue Steuerung ist möglich. Trackbare Sportarten mit der Fitbit App sind Laufen, Gehen, Radfahren, Spinning, Yoga, Stepper, Ellipsentrainer, Aerobic, Schwimmen, Zirkeltraining, Bootcamp, Pilates, Tennis, Kampfsport, Golf, Kickboxen, Wandern, Spinning und das Laufband. Die Nachteile Die Uhr ist begrenzt vom Smartphone abhängig, denn das GPS-Tracking erfolgt über das Smartphone. Außerdem sei die erste Einrichtung etwas komplizierter. Das Fazit Insgesamt bekommst du hier eine Top Sport Smartwatch mit allen wichtigen Funktionen und äußerst guter Akkulaufzeit. Sie bewertet deinen Schlaf zwischen 1 und 100, hat ein integriertes Mikrofon mit dem du auch Nachrichten als Antwort diktieren kannst. Außerdem kannst du bis zu 300 Songs auf der Uhr speichern oder die Musik auch über Spotify und Deezer abrufen. Auf jeden Fall ein Blick wert! Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Da die Preise sich täglich ändern können, findest du die aktuellen Preise inklusive Preisvergleich und allen Details, wenn du auf deinen Favoriten in der Videobeschreibung klickst. Damen Smartwatches zwischen 200 und 400 Euro Nummer 1 dieser Preisklasse ist die Samsung Galaxy Watch. Das sind ihre Vorteile. Je nach Nutzungsintensität kann der Akku bis zu 7 Tage halten. Sie wurde Testiger bei verschiedenen Smartwatch Tests. Außerdem hat sie über 650 5 Sterne Bewertungen auf Amazon. Sie kann mit der SmartSynx App andere smarte Geräte wie das Fernsehen oder den Staubsauger steuern. Es sind sehr viele Sportarten zum Tracken verfügbar. Dazu gleich mehr. Die Nachteile Der Schrittzähler soll teilweise zu wenig Schritte zählen. Sie ist nur bedingt zum Schwimmen geeignet, man sollte nicht von Meter-Türmen springen. Das Fazit Eine tolle Smartwatch, die für Sportler die Aktivitäten aufzeichnet. Außerdem kannst du zwischen sehr vielen Designs wechseln und die Uhr jeder Situation anpassen. Dazu kommen die Smartphone-Funktionen wie das Anzeigen der nächsten Termine und anderen Benachrichtigungen. Insgesamt ein guter Begleiter, der dir beim Erreichen deiner Ziele hilft. Nr. 2 ist die Samsung Galaxy Watch Active 2 Ihre Vorteile 7 typische Aktivitäten werden automatisch erkannt. Dazu kommt ein Laufcoach, welcher Trainingstipps in Echtzeit gibt. Es gibt eine LTE-Version, die es ermöglicht, ohne Smartphone in der Nähe in Verbindung zu bleiben. Sie hat mit 26 Gramm ein sehr geringes Gewicht. Es gibt viele verschiedene Watchdesigns zum Herunterladen. Zum Beispiel Tommy Hilfiger etc. Die Nachteile Die Sprachsteuerung soll noch nicht komplett ausgereift sein. Einige bemängeln einen langsamen Datenaustausch im Fitnessbereich zwischen Smartphone und der Uhr. Das Fazit Eine schöne und sehr leichte Uhr für alle Sportlerinnen. Sie kann selbstständig die Aktivitäten erkennen und gibt in Echtzeit Tipps, wie das Training verbessert werden kann. Es gibt viele tolle Funktionen wie das Fitness-Tracking, die Pulsmessung, das Stress-Tracking, das Erfassen der Schlafphasen und vieles mehr. Jetzt möchte ich dir schnell alle Sportarten zeigen, die du mit der Samsung Health App tracken kannst. Die App ist kompatibel mit der Samsung Galaxy Watch und der Galaxy Watch Active 2. Hier siehst du die Standardeinstellungen. Du kannst aber noch einige Trainings hinzufügen. Los geht's! Nummer 3 ist die Fossil Giuliana aus der fünften Generation. Ihre Vorteile Der integrierte Lautsprecher überträgt akustische Signale, macht das Entgegennehmen von Anrufen möglich, macht den Google Assistenten hörbar und einiges mehr. Du kannst ausgewählte Zifferblätter mit deinen Lieblingsfotos individualisieren. Du kannst den Tasten deine bevorzugten Funktionen zuweisen. Die Musik und Apps können direkt auf der Uhr gespeichert und abgespielt werden. Dadurch wird die Uhr Smartphone unabhängig und du kannst auch ohne dein Handy Musik hören. Sie ist kompatibel mit der Google Fit App. Die auswählbaren Sportarten zeige ich dir gleich. Die Nachteile Die Verbindung von der Smartwatch zu Apple Geräten war schlecht und brach gerne ab. Außerdem waren die Funktionen eingeschränkt. Das soll aber mit dem letzten Update behoben worden sein. Das Fazit Die perfekte Uhr für Frauen, die gerne Sport treiben und sich gerne von ihrer Uhr beraten lassen möchten. Sie sieht modern aus und passt zu jeder Gelegenheit. Hier möchte ich dir noch die Sportarten der Google Fit App zeigen. Ich bin mir sicher, dass deine auch dabei ist. Musik Musik Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Pausiere gerne das Video, um sie dir in Ruhe anzusehen. Damen Smartwatches über 400 Euro Wenn du ein Android Handy hast, kannst du diese Uhr überspringen. Sie ist leider nicht kompatibel. Es ist die Apple Watch Series 5. Ihre Vorteile Die Herzfrequenz wird mit einer EKG App verfolgt. Dafür ist die Smartwatch mit optischen und elektrischen Herzsensoren ausgestattet. Es gibt eine Höhenmeterangabe, einen Notruf und eine Sturzerkennung. Außerdem verfügt die Uhr über GPS. Frauen können ihren Zyklus verfolgen. Das Ziffernblatt kann aus über 100 Ziffernblättern individuell zusammengestellt werden. Du kannst dir Ziele für fast jede Sportart setzen und über die Uhr verfolgen und tracken. Die Nachteile Die Uhr ist nur zu nutzen, wenn man sie mit einem iPhone verbinden kann. Die Watch 5 kann nicht mit dem iPhone 6 oder älteren Modellen gekoppelt werden. Und das Fazit Für Apple Nutzer eine hervorragende Ergänzung. So eine Smartwatch gab es noch nie. Sie ist dank so vielen tollen und unterschiedlichen Funktionen perfekt für jeden geeignet. Ob Profisportlerin oder Businessfrau. Sie lässt sich mit etlichen Möglichkeiten auf dich personalisieren. Die letzte Uhr im Vergleich ist die Garmin Fenix 6S und 6S Pro. Ihre Vorteile Sie bietet ein robustes, stilvolles, sportliches und edles Design und verfügt über eine sagenhafte Akkulaufzeit von bis zu 9 Tagen, die im Akkusparmodus sogar bis auf 34 Tage verlängert werden kann. Intelligentes Kennenlernen Die Uhr merkt sich dein Aktivitätsverhalten und passt deine Ziele an. Die Garmin Fenix 6S Pro Version bietet als Zusatz Musikstreaming, WLAN und vorinstallierte Karten von Europa, Golfplätzen und Skiorten. Hier siehst du alle trackbaren Sportarten, die mit der Smartwatch möglich sind. Die Nachteile Es gibt kein Touchdisplay, dafür ist sie aber gut über die Tasten steuerbar. Das Fazit Diese sagenhafte und einzigartige Uhr ist wirklich für jede Frau geeignet und der perfekte digitale Lebensbegleiter. Dank der vielen vorinstallierten Sport-Apps kann man mit dem perfekt abgestimmten und professionell überwachten Training sofort loslegen. Hier ist die letzte Vergleichstabelle. Sollte sie zu klein sein, findest du alle drei Tabellen, wenn du auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst. Ansonsten pausiere auch hier gerne das Video, um sie dir genauer anzusehen. Vielen Dank fürs Zusehen! Wenn ich dir weiterhelfen konnte, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls du mehr solcher Vergleiche sehen möchtest, abonniere gerne jetzt kostenlos den Kanal. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Auswahl deiner neuen Smartwatch. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Musik 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 Exped Territorium 簡單